An die Parzen Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen Und einen Herbst zu reifem Gesange mir, Daß williger mein Herz Vom süßen Spiele gesättigt, Dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben Ihr göttliches Recht Nicht ward, sie ruht auch drunten Im Orkus nicht, Doch ist mir einst das Heil'ge, Das am Herzen mir liegt, Das Gedicht gelungen, Willkommen dann, O Stille der Schattenwelt, Zufrieden bin ich, Wenn auch mein Seitenspiel Mich nicht hinabgeleitet, Einmal lebt ich wie Götter, Und mehr bedarf's nicht. An die Parzen Die Parzen sind die Schicksalsgöttinnen der römischen Mythologie, Wenn sie angeredet werden, Ist natürlich das Schicksal selbst gemeint. Seit der Renaissance werden Gestalten der antiken Mythologie Als Personifikationen der entsprechenden Mächte angesprochen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen Und einen Herbst zu reifem Gesange mir. Das nur klingt bescheiden. Tatsächlich stehen hier wie so oft die Jahreszeiten Für einen Lebenslauf. Sommer und Herbst also für die Reife und Spätzeit eines Lebens. Eigentlich bittet der Sprecher also um ein langes Leben, Indem er seinen reifen Gesang, also künstlerische Werte schafft. Ob auch der reife Gesang Geschenk der Götter wäre, bleibt eher unklar. Es klingt mehr danach, als daß er die Lebenszeit braucht, Um Zeit für reifen Gesang zu haben, Für den selbst er wohl keine Hilfe braucht. Daß williger mein Herz vom süßen Spiele gesättigt, Dann mir sterbe. Es geht also nicht um Erfolg, Sondern lediglich um die Zeit für die Erschaffung der Kunstwerke. Das süße Spiel, daß das künstlerische Schaffen bedeutet, Ist an sich Lebensinhalt genug, Von Applaus und Anerkennung ist nicht die Rede. Die Seele, der im Leben ihr göttliches Recht nicht wahrt, Sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Künstlerische Entfaltung ist also ein göttliches Recht. Was soll das heißen? Ein Recht von Göttern gegeben Oder ein Recht göttlich zu sein. Wie vorhin eine interessante Uneindeutigkeit, Als wenn die Schicksalsmächte mit raffinierten Wortglaubereien Über den Tisch gezogen werden sollen. Auch der Orkus ist ein Begriff aus der römischen Mythologie, Dem griechischen Hades entsprechend. Mehr, als daß die Seele keinen Frieden findet, Wenn ein zum Künstler bestimmter Mensch Keine künstlerische Entfaltung findet, Soll damit aber nicht gesagt sein. Doch ist mir einst das Heilige, Das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Das vollendete künstlerische Werk, Für das jetzt stellvertretend das Gedicht genannt wird, Ist heilig. Wieder diese Doppeldeutigkeit, Ist es heilig, weil selbst göttlich, Oder heilig, weil geeignet, Die Götter zu ehren. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt, In der man dann zum Schweigen verurteilt ist. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel Mich nicht hinabgeleitet. Gesang, Gedicht, Seitenspiel, Alles steht für das künstlerische Schaffen als solches. Die Seele nimmt die Fähigkeit zur Kunst nicht mit. Einmal lebt ich wie Götter, Und mehr bedarf's nicht. Das Recht auf künstlerisches Wirken ist also doch das Recht göttlich zu sein, Denn Schaffen, Kreativität ist göttlich. Götter schaffen eine wirkliche Welt, Aber der Künstler schafft eine für ihn wirkliche Welt Mit der Kraft der Fantasie. Im Moment des Schaffens erlebt der Künstler sich von daher wie ein Gott. Darin hätte sich sein Leben dann erfüllt. Vielleicht haben die Parzen gemerkt, Dass ihnen mit raffiniertem Kleingedruckten Mehr abgeluchst werden sollte, Als sie bereit waren zu geben, Oder die scheinbare Bescheidenheit des Wunsches Hat sie verstimmt. Das lange Leben bekam Hölderlin, Allerdings den größeren Teil in geistiger Erkrankung, Die ihm die Kreativität zerstörte. 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 Vielen Dank.